So, wir gehen jetzt runter. Wir sind übrigens im Viechtach beim großen Pfahl und jetzt gehen wir runter zu der Schlucht. Ich habe keine Ahnung wie die heißt, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Ja, ist richtig toll. Wir werden später dann da oben entlang gehen, die Runde entlang laufen und da oben dann wieder zurück. Kitsa, Kitsa. Kitsa, Kitsa. Kitsa, Kitsa. Kitsa, Kitsa. Okay, let's see.